Mein Name ist Florian Göttlinger, powered bei Vivero Fertighaus. Ich bin 40 Jahre alt, Familienstand ledig und beruf selbstständiger Apotheker in Aschbach. Warum ich beim Finishline-Team 2020 dabei bin? Es ist relativ einfach, weil ich meine Leistung steigern will, weil ich Spaß an der Sache gefunden habe und dementsprechend ein gutes Ergebnis für mich selber im Rahmen eines Teams erzielen will. Das heißt, die Erwartungshaltung ist für mich brutal hochgeknüpft. Das heißt, ein gutes Ergebnis abliefern, wann geht es, die beste Leistung in dem Zeitraum zu erzielen ist. Das heißt, die nächsten sechs Monate werden sehr hart, sehr intensiv, sehr interessant und ich hoffe mit einer Menge Spaß. Das heißt, vom Motto her, no pain, no gain. Das heißt, das war's.